Die Bäckerei an der Hauptstraße in Groß Schönau ist durch einen Brand am Samstagabend stark beschädigt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte ein Unterstand aus Holz, der für Feierlichkeiten genutzt wurde, Feuer gefangen. Er steht direkt neben dem Haus. Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnten das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern und den Brand löschen. Jedoch waren die Fenster zur Backstube aufgrund der starken Hitzeentwicklung geschmolzen und der Rauch in das Objekt gezogen. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf ca. 30.000 Euro, da nicht nur der Holzunterstand zerstört wurde, sondern auch einige Maschinen in der Bäckerei durch den Rauch Schaden genommen haben. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.